Kürzes Sum-up vom bisherigen Tag. Gibt's jetzt. Ich hab scheiße geschlafen, Hunger und die 14 ist schlecht. Du brauchst aber jetzt überfühlen, wenn man so scheinbar nicht deutlich künftig hat. Wie schreibt man in der Schleich rum? Schleich mit EI wäre ja doof eigentlich. Die Schleuche. Schleich. Cheers. Es ist kein Katerkonten. Und es ist so gut. Es ist zu wenig. Wir sind erwachsen geworden. What happened last night? Den Jungs geht gerade ein bisschen in den Stift. Weil zwei ihre Sachen sind rausgezogen worden. Mal schauen, was es hier gibt. Vielleicht haben die Jungs noch irgendwas Illegales dabei. Bei mir hat natürlich 1A alles geklappt. Aber die zwei Jungs... Die Situation spitzt sich zu. Moritz ist durch. Er hat's geschafft. He's through. Aber schaut mal den an. Der ist auch leicht gereizt. Der ist nervös. Man kann ihn nicht ansprechen. Ja, schaut mal. Es könnte sein, dass gleich jemand ausflippt. Richtig. Wir halten euch auf dem Laufenden. Tom? Glaubst du bist du nervös? Was würdest du sagen? Wegen meinem Rucksack. Ja. Machen wir schon Gedanken, ja. Woran hat's denn hier liegen? Das ist falsch, Mann. Weiß nicht, was probiert. Komm. 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 Schau mal, wie er rennt. Aber guck mal, die Fingern sind zittrig. Die Fingern sind immer noch zittrig. Mit dem Fest muss er was gesmackt. Da hat er wieder die Flüssigkeiten rumliegen lassen. Oh je. Oh man. Es sieht so aus, als wir könnten's schaffen. Also ihr seid dran. Einfach nahe geschafft. Workation is over. Workation is over. Aber work never stops. So. Also wir sind wieder zu Hause. Am Wochenende steht wieder Fußball an. Coach stellt uns auf. Nein. War gut. Spaß gemacht. Wir hoffen euch hat unsere Videos auch immer wieder gefallen. Wenn's euch gefallen hat, folgt unserem Kanal. Aktiviert die Glocke, die Benachrichtigungen. Dann werdet ihr immer auf dem Bauchnenke halten. Da kommt immer eine Benachrichtigung, wenn wir wieder ein Video hochgeladen haben. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Zeit. Bleibt dran. Ciao. Tschüss. Hast du jetzt meinen Koffer wieder nachgeschmissen oder was? Ja. Warum bist du froh? Weil ich euch endlich nicht mehr sehen muss. Hey, ciao. Ciao. Okay. Vier minus. Happy News.